Die wirtschaftliche Lage ist extrem angespannt. Auch Großkonzerne wie VW, BMW, Mercedes fangen an zu wackeln, bauen Stellen ab und haben keine rosigen Aussichten. Wir sind mitten in einer Rezession, deswegen ist es umso wichtiger, damit du in deinem Unternehmen dich sicher aufstellen kannst und sicher durch die Krise kannst, dass du immer eine hohe Liquidität hast. Deswegen schauen wir uns heute mal an, in dem Video 10 Tipps, wie du deine Liquidität in deinem Unternehmen steigern kannst. Tipp Nummer 1, klingt banal, aber mehr Umsatz machen. Konzentrier dich auf den Vertrieb, konzentrier dich auf den Verkauf, steiger deinen Umsatz. Tipp Nummer 2, hat mit dem ersten auch gleich mit zu tun, deine Preise steigern. Schau mal, ob du deine Preise erhöhen kannst. Du hast vielleicht tolle Produkte, eine tolle Dienstleistung, also lass dir auch das bezahlen, was deine Dienstleistung wert ist. Preise erhöhen, Umsatz steigern, dann steigert sich natürlich auch deine Liquidität. Tipp Nummer 3, Forderungsmanagement. Auch klingt relativ einfach, ist aber extrem wichtig. Also schau deine Rechnungen an, gewähr kürzere Zahlungsziele. Arbeite vielleicht mit Vorauszahlungen, mit Vorschüssen. So kannst du deine Liquidität erheblich erhöhen und hab einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich nur um das Forderungsmanagement in deinem Unternehmen kümmert. Also sie den ganzen Tag prüft, hey, welcher Kunde ist im Zahlungsverzug, wo muss man vielleicht eine Mahnung hinschicken, welchen Kunden kann man mal anrufen und auf die Zahlung hinweisen. Also Forderungsmanagement, ganz wichtiges Thema. Und das ist der vierte Punkt, wenn das Ganze nichts bringt und der Kunde nicht zahlt, Factoring. Also trete deine Forderung ab an eine Factoring-Firma. Du musst zwar einen Teil von deiner Forderung dann abtreten, aber du kriegst sofort Liquidität und sie treibt deine Forderung ein. Also auch Factoring ist eine Maßnahme, um sofort deine Liquidität zu erhöhen. Fünfter Punkt, alte Geräte, altes Inventar verkaufen, was du vielleicht auch nicht mehr brauchst, bevor es irgendwo verstaubt, wandelst in Liquidität um. Vielleicht ist es irgendwann sonst gar nichts mehr wert. Oder dein Lagerbestand, wenn du hohe Lagerbestände hast, nicht zu viel illiquides Vermögen haben. Also Lagerbestände reduzieren, Geräte, Maschinen, Inventar, die du vielleicht auch gar nicht mehr brauchst, veräußern. Sechste Maßnahme, unnötige Kosten reduzieren. Also ich hoffe, du schaust monatlich in deine betriebswirtschaftliche Auswertung rein, denn das ist auch ein wichtiger Punkt, der zum sechsten Punkt passt. Also deine Zahlen unter Kontrolle haben. Schau, welche Kosten du hast. Schau, wie deine Zahlen aktuell sind. Denn vielleicht hast du irgendwelche unnötigen Abonnements, unnötige Kosten, die du gar nicht mehr brauchst. Und die zu reduzieren gilt es natürlich vor allem in Krisenzeiten, um deine Liquidität zu erhöhen, um hier dein Ergebnis natürlich auch zu verbessern. Siebte Maßnahme, Darlehen, Finanzierungen, Leasing. Also arbeite vielleicht hier, kauf deine Maschinen, deine Geräte, deine PKWs vielleicht nicht immer sofort, sondern lees das Ganze, finanziere das Ganze. So kannst du auch deine Liquidität steigern. Oder wenn du investierst, arbeite mit Darlehen. Hier schau auf die Kondition natürlich, ob das Ganze Sinn macht. Aber hier sparst du dir auch extrem Liquidität, wenn du nicht alles immer mit Eigenkapital bezahlst. Also hebeln, siebter Punkt. Die achte Maßnahme, dein Zahlungsziel verlängern. Also rede mit deinen Kunden oder Lieferanten, dass du vielleicht später zahlen kannst. Oder wenn das nicht funktioniert, leg dir eine Kreditkarte zu. Zum Beispiel in American Express, da hast du ein Zahlungsziel von 30 Tagen. Also du zahlst einfach später und hast hier auch mehr Liquidität in deinem Unternehmen, weil du dein eigenes Zahlungsziel für deine Rechnungen in die Zukunft verschiebst. Die neunte Möglichkeit, wenn dein Gewinn eh fällt und dein Umsatz fällt und du deswegen ja auch deine Liquidität steigern willst, weil nicht mehr so viel reinkommt, weil du vielleicht Angst hast, dass du in Insolvenz kommst und Co., dann auf jeden Fall auch deine Einkommenssteuer oder Körperschaftssteuervorauszahlung senken. Also je nachdem, welche Rechtsform du hast, senkt deine Steuervorauszahlung, wenn dein Gewinn auch gefallen ist. Das kann man relativ einfach beantragen. Mach das mit deinem Steuerberater. Da kann man Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung stellen oder vielleicht sogar auf Null, wenn du wirklich schon Verluste auch generierst. Denn es macht keinen Sinn, unnötig jetzt hier quartalsweise Einkommenssteuer oder Körperschaftssteuervorauszahlung zu leisten oder Gewerbesteuervorauszahlung, die du dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später in der Steuererklärung wieder zurückbekommst, weil du gar kein Gewinn erzielt hast. Also prüf deine Vorauszahlung, prüf die auch quartalsweise und schau, ob das noch einhergeht. Prüf das mit deinem Steuerberater, ob das noch einhergeht mit deinem Gewinn. Und wenn die Vorauszahlungen deutlich höher sind, dann senkt die, stelle einen Antrag. Es geht relativ einfach und schnell, um so auch wieder deine Liquidität zu schonen. Und der zehnte Punkt, und das ist für mich der wichtigste, schau, ob du überhaupt im Grundsatz nicht deinen Steuersatz auch senken kannst. Denn die Steuer ist meist dein größter Ausgabenposten. Neben den ganzen anderen unnötigen Kosten, die reduzieren kannst, kümmern sich die wenigsten um den größten und zwar meistens deine Steuer, deine Ertragssteuer. Und die kannst du auf jeden Fall senken, wenn du eine richtige Firmenstruktur hast. Je nachdem, in welcher Rechtsform du bist. Vielleicht bist du ein Einzelunternehmer, eine OHG, eine KG. Da zahlst du einfach viel zu viel Steuer, bis zu 45% Einkommenssteuer. Und wenn du nachhaltig hohe Gewinne hast, dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht deine Firmenstruktur auf andere Standbeine stellst, in andere Rechtsformen dich umstrukturierst. Und genau dafür sind wir da, bei Steuern steuern. Denn wir prüfen für dich, was ist deine optimale Firmenstruktur, die wirklich nachhaltig, nicht nur deine Liquidität erhöht, sondern auch dein Vermögen steigert, mehr Haftungsschutz dir bietet und setzen das Ganze natürlich auch mit dir von A bis Z um und betreuen dich auch langfristig vorm Finanzamt. Die Kontaktdaten der Kanzlei siehst du jetzt hier eingeblendet. Lass auch deine Steuern in Zukunft optimal steuern und deine Liquidität maximieren.